Was ist das für den Pro Audio-Bereich? Ich denke, dass es eine gute Messe für den Pro Audio-Bereich war. Man sieht, dass die Musikmesse in Frankfurt für diese Firma wichtig war, für den Musiklinchment-Bereich. Aber für den Systems Integration Teil haben die nicht die richtigen Leute gesehen. Als deren Business mehr und mehr in diese Richtung wächst, haben sie gesehen, dass sie eine Plattform brauchen, um die Systems Integrator zu erreichen. Und ISE war diese Plattform. Erstmal kamen viele Firmen zu besuchen und zu sehen, wer kommt, wer ist da, wie ist das. Die haben es gesehen, es war erfolgreich und haben dazu gemeldet und gesagt, die wollen auch teilnehmen einen Tag von dieser erfolgreichen Messe sein. Als USP kann ich sagen, dass wir sind die erfolgreichsten im Bereich Systems Integrator. Die bedeutenden und wichtigen Systems Integrator in ganz Europa kommen auf die ISE. Es fehlt kaum einer. Die Distributoren in dieser Branche kommen auf die ISE zu besuchen, die neue Produkte, die Kontakte zu knüpfen. Es gibt meistens eine Teilweise, aber nicht so wie die ISE. es gibt meistens eine Teilweise. Ich bin aber nicht so wie die für die Worte auf die Welt, nach denen die nak checkpointgeschichte wird. Es gibt meistens die ganze Technologie in der Mitte des Geschenk. Vielen Dank.